Heinz Olsen, eigentlich Heinz Gustav Hans Hülschläger, war ein deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher. Leben Heinz Olsen wurde als Sohn des Schauspieler-Ehepaares Fred Hülschläger-Olsen und Margarete Ruth Meurer geboren. Bereits in den Jahren 1934 bis 1938 spielte er als Kinderdarsteller an Theatern in Berlin, Ruben und Frankfurt-Oder. Nach dem Abitur hatte er von 1940 bis 1943 ein Engagement am Schiller-Theater in Berlin. Danach nahm er als Soldat an dem Zweiten Weltkrieg teil. Weitere Bühnenstationen waren von 1947 bis 1948 Dicker-Sekunden-Landestheater in Hannover und von 1951 bis 1953 erneut das Schiller-Theater in Berlin. In den 1940er und 1950er Jahren wirkte Heinz Olsen in verschiedenen Filmproduktionen mit. Darunter befanden sich 1941 der nationalsozialistische Propagandafilm Ein Leben für Irland von Max W. Kimmich mit Anna Dammann, Werner Hinz und René Deltgen und 1942 Dekasekunden-Melodram Schicksal von Geser von Bolwery mit Heinrich George, Gisela Uhlen und Wickwart Flieg. Heinz Olsen spielte aber auch in Unterhaltungsfilmen wie 1951 Grenzstation 58 von Harry Hasson mit Hansi Knotik, May Diral und Heinz Engelmann und 1958 Der eiserne Gustav von Georg Hudalek mit Heinz Ruhmann, Lucy Mannheim und Ernst Schröder. Im Jahr 1952 war er zudem in dem Hörspiel Jasons letzte Nacht in der Regie von Hans Korn-Giebel zu hören. Neben ihm sprachen Ewald Balser, Alfred Beilthoff und Joanna Maria Gorwin. Filmografie 1958 Der eiserne Gustav 1940 Zwei Welten 1940 Der Kleinstadtpoet 1941 Mein Leben für Irland 1941 Leichte Muse 1942 Schicksal 1950 Ammer am Steuer 1951 Grenzstation 58 1958 Der eiserne Gustav 19 Ammer am Steini 19 Ammer am Steini 20 Ammer am Steini 74 Ammer am Steini 20 Ammer am Steini